24-Jährige in Wohnung von Fledermäusen umzingelt, Polizei muss anrücken So einen Einsatz haben die Beamten von der Polizei Stralsund mit Sicherheit nicht jeden Tag. Am frühen Donnerstagmorgen musste sie ausrücken, um einer Frau in flatteriger Not zu helfen. Ein Nachbar hatte gegen 3 Uhr Rufe aus einer Nachbarwohnung in der Heinholzstraße laute Rufe gehört und alarmierte daraufhin die Ordnungshüter. Diese waren schnell vor Ort. Beim Betreten der Nachbarswohnung kam ihnen eine verängstigte 24-Jährige entgegen. Zudem erblickten die Polizisten sieben umher fliegende Fledermäuse. Die Beamten konnten die kleinen Säuger aus der Wohnung der Frau verjagen und den Einsatz nach wenigen Minuten beenden, hieß es weiter. Die Frau wurde bei dieser nächtlichen Attacke nicht verletzt, durfte aber wohl keinen angenehmen Schlaf gehabt haben. Untertitelung des ZDF für funk, untertitelIES Platt Vielen Dank.